Also ich heiße Daniele Bruno, ich bin 14, ich bin Außenstürmer beim SC und meine bisherigen Vereine sind FC Victoria, Peter Zell und FC 08 Villing. Meine persönlichen Ziele sind für heute einfach ein gutes Spiel zu machen und auch mit der Mannschaft heute ein gutes Spiel zu machen und auch zu gewinnen und allgemein auch dieses Jahr nicht abzusteigen.